Dazu ein wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Montag, der 20. September, 8.31 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Trailer Slap Training Raum. Wir bereiten uns auf unserem morgendlichen DAX-Trade vor und wir sind direkt hier mit einem 0,07 Big Number Trade. Einstieg 15.307. 8.31 Uhr gehen wir long oder 15.292 Uhr gehen wir short. Wir sind jetzt im ersten Trade, auch für unseren Eröffnungstrade, jetzt 20. September. 8.32 Uhr sind in einer Big Number long. Wir sehen hier oben, wir haben ein Gap von 15.500 runter auf dieses Niveau 15.378. Ja, da haben wir also einiges jetzt liegen lassen. Ein großes Gap hier im DAX. Das als nächste Zielvorgabe. Bei den Wohlerboxen, wo kommt die Wohlerbox rein? Mit Sicherheit nicht auf dem Niveau, wo wir uns jetzt aktuell befinden. 15.475, also ein Tickchen höher. Da weiß ich nicht, ob das heute mit dem Hedge-Auflösung hier so funktioniert, weil der Kurs dann ziemlich weit nach oben laufen muss. So, wir passen unser Thema heute an. So. Okay, wir sind long im ersten Trade. Und jetzt gehen wir in die Dailies rein. Fangt unten an mit Ethereum. Ethereum bei 3.100. Daily long, 4 Stunden short. Stunde short, 30 short, 15 short, 5 short. Also Ethereum eher short. Was macht Bitcoin? 45.000. Daily long, 4 Stunden short. Stunde short, 30 short, 15 short und 5 auch short. Gehen weiter nach oben. Dow Jones. Daily short, 4 Stunden short. Stunde short, 30 short, 15 short und 5 Minuten auch short. Also hier direkt Richtung Süden. Technologie-Börse Nasdaq. Daily immer noch long. 4 Stunden short, 4 Stunden short. Stunde short, 30 short, 15 und 5 Minuten. Also hier jetzt ein leichter Abgabedruck. Öl auf Daily-Basis. Immer noch long. 4 Stunden auch noch long. Und Stunde sind wir jetzt short. 30 short, 30 short, 15 und 5 short. Und Gold. Daily short, 4 Stunden short. Stunde short, 30 short, 15 long und 5 auch long. Okay, der letzte Markt ist der Dax und Dax ist auf Daily-Basis. Ganz klar short, 4 Stunden short, 4 Stunden short, 30 short, 15 short und 5 Minuten auch short. Der Markt geht also hier in die Erholungsphase. Wir sind in unserem Box-Trade im ersten 15.307 long und die zweite Order liegt schon bereit bei 15.292. Für unser Tagebuch. Wir sind jetzt im zweiten Trade. Im zweiten Trade in unseren Eröffnungstrade. 15.307 long, 15.292 short, 15.307 long, 15.292 short, erster Trade short, long, zweiter Trade short. Ich mache das Bild mal ein bisschen größer. Und es fehlt noch ein Punkt. Dann sind wir draußen aus dem Trade. Ein Punkt fehlt noch. Es ist 8.40 Uhr. Na komm schon. Und raus. Trade ist in den Gewinn gebracht und somit verabschiede ich mich für unser Video-Logbuch. Und es sind nur noch wenige Trades bis zum Tausetzen. Also wünsche allen gutes Gelingen. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter. Und weiter heißt für uns Big Number und den Trade aktivieren. Und wir hören uns dann morgen wieder. 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 Vielen Dank.